Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen, machte ihn! Klasse aufgepasst vom Torwart! Sie machen das Tor! Und damit die spächte Führung! Jetzt läuft die Zeit für Sie! War das der Entscheid? Letzte Chance auf den Ausgleich sein! Jetzt vielleicht die Gelegenheit! Promise! Der Ausgleich! Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel! Unfassbar dieser Ausgleich in der Nachspielzeit! Das Elfmeterschießen beginnt! Der Tochter hält! Toller Treffer! Ganz sicher war! Richtig kräftig gemacht! Der droht jetzt natürlich bei Arkan Chalamuno! Elfmer vorne! Also besonders sicher sieht er gerade nicht aus! Er war gerade, er war gerade aber trotzdem! Ärgerlich für den Keeper! Er war einfach ärgerlich! Starker Schütze! Ganz super! Total sicher verwandelt! Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter! Tor hat rausgebrochen und hat ganz sicher gedruckt! Was für ein tolles Tor! Jetzt muss er seine Nerven kontrollieren! Er muss treffen! Sonst verlieren sie diese Spiele! Ja, Karte! Wie geht er jetzt nervlich mit diesem entscheidenden Elfmeter? Die große Frage! Und er macht ihn rein! Und jetzt haben sie's! Er schnappt sich den Ball und zeigt, dass er ein zuverlässiger Schütze ist!